So, hier sind wir jetzt auf der Terrasse vom Club Magic Life Kalabi in Ägypten, hier mit Wasserspiel, total schön, unheimlich viele Witzmöglichkeiten hier, hier kann man auch ganz schön essen, total schön, wirklich Wahnsinn. Und hier geht es dann gleich zum Pool, den zeige ich euch gleich und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir hier drücken oder mehr unter www.feller.de